Wir wollen euch hier heute herzlich begrüßen zum Rock'n'Rue Neujahrsempfang 2011. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid und hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid. Eure Anwesenheit vermittelt das davon und ich hoffe, dass ihr auch dieses Jahr mit uns so toll gestalten werdet, wie ihr es im letzten Jahr schon mit Kahn habt. Fürs 15. Jahr von Rock'n'Rue und so. Nicht wahr? Wir freuen uns, dass wir am Vorabend des 15-jährigen Jubiläums den Frank als Ehrenmitglied des Rock'n'Rue übrigen Vereins aufnehmen möchten. Herzlichen Glückwunsch! Genau, sie wird sich freuen. Juhu! Die Prinzessin darf hüpfen. Und wir wollen natürlich auch den Steffen ebenfalls, aber der ist noch nicht hier, aber ich hoffe, der kommt noch. Juhu! 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 Juhu!